meine brüder ich bin zurück geht zu einem neuen live stream was geht ab welcome to stream matos locos was geht ab wie war euer tag was machen sachen habt ihr schon die neue spc gesehen von joshko guardiol eine geile karte bully bekommt auf jeden fall wieder geile karten ich habe uns gleich mal die ganzen karten auf entspannt auf und benannt dann gehen wir in die pläserien und ja ich will mal sagen wie immer direkt ein ding ist kein okay es mein futter let's go let's go hey moin jato alles klar wer hier willkommen in the stream habe gestern nicht mal gemerkt dass paulino der brie eine karte bekommen hat wo die aus wir haben die doch gestern angeschaut wir haben oder vielleicht haben wir die wir haben die angeschaut wenn nicht dann oder titeln und amt die aus und nicht gemerkt was glaubt was geht ab alles klar salamu alaikum wo wir gehen sehr einfach wo alaikum salam hier geht's alhamdulillah sehr gut wie geht's dir alles klar und hat sich gemacht und hatte 284 drin aber schickt ob der war zwei ja bruder ich finde wenn man sich so eine liste machen würde welche stürmer oder welche karten noch als bulli tots fehlen sind auf jeden fall einmal reuss schick ginta würde ich auch eine karte geben und ich weiß nicht bei den torhütern attrapp eine karte bekommen und nicht trapp oder vielleicht sommer auf süß guardian balkan bestaiv bruder der sieht schon stabil aus wird kurz nicht so cool wird kurz nicht so cool aber geile karte da kann man sagen aber kommen wir gehen mal sind wir schon auf und bin ja jungs auf jeden fall zu allererst lasst schon mal direkt lieber da direkt liken sehr wichtig und diejenigen die sogar komplett neu dabei sind auch abonnieren sehr wichtig damit der kanal wächst und für den algorithmus erinnert sich noch wo wir uns die paar films angeschaut haben auf einmal werden uns durch die cookies und diese ganzen sachen von mir die paar fünf jahren von was ist das tegel muss ich sage dir ehrlich mein pack lag derzeit ganz unternehmen aber oder oder wieso hast du mir nicht zurück von sowas oder was für ich wollte generell followers würde ich generell nicht zurück folgen wurde und ich kann noch nicht zurück folgen weil haben wurde seit ein paar jahren habe ich so kann ich kann kein folgen der gar richtig komisch das einzige was ich noch folgen kann er sind hashtags wurde richtig komisch ausgedaftiger bei den tokens um zu hoffen dass ich über die liga tors ein geilen torsie hoffentlich wurde hoffentlich das allein leiden bruder semper besser man bruder a.k.a.tmi wurde a.k.a.tmi was geht ab welcome in stream yo lasst alle ein like und abo da und vergisst nicht die glocke zu aktivieren sehr vorbildlich sehr vorbildlich besser man jo aber die wollten ja uns guardiore anschauen wo ist der bre oder ich bin real wie bruder youtube soll mal machen das mit mod spin ja man voll dumm ne voll dumm digger er jato wenn es geht schick mal ein screenshot was du machen kannst beispielsweise ich geh jetzt auf dich rauf ich mache jetzt den ja mein screenshot was für sachen du machen kannst ja das wäre mal interessant und sie lohnt sich sehr sieben oder ich persönlich würde dies ja jetzt sehr sieben irgendwie nicht spielen die gold karte oder pyoterm wenn man seine special karten hat sowie foodbidei totti totz oder so diesen geld aber die anderen nicht so oder wenn man so einen engine gibt und immer schon so ein cr7 haben wollte kann man machen aber irgendwie fühle ich den dieses jahr nicht zuletzt war der fifa 19 richtig geld digger merhaba arkadaschlar merhaba nassos im motz können titel ändern aber das macht keinen sinn die können titel ändern aber können nicht spinnen digger das ist albanio aber kommt jungs guardiore stabiles tempo für einen innenverteidiger schoßwerte juckt uns nicht brauchen wir auch nicht passwerte sehr lecker auch die übersicht digger das ist knapp 80 das reicht schon aus digger mit diesen kurzen langer passt sehr gut dribbling werte mit dieser körper große für einen innenverteidiger topf was ist ein body type high and average okay der offensiv wäre gut physisch wäre gut digger was seid aber eine eigenschaften power kopf weil nehmen wir mit digger der bre wenn ihr eine bully mannschaft habt mitnehmen wenn ihr generell guardiol feuer den kraten seit bin der fans mitnehmen also wenn ich die bully mannschaft der tätig den zeit mitgenommen auf save save radio passt nicht um ein team muss ihn aber mitnehmen er macht das habe ich aber noch nichts gespielt nicht mal in tv 21 habe ich ihn gespielt ja das ding ist seine balance ist nicht so geil digger seine balance ist halt sehr eklig also wer mit großen spieler klarkommt der wird mit ihnen spaß haben aber ich weiß nicht jetzt für die ganzen meter hunter die leute die auf meter stehen ich glaube für den wäre diese karte nix das witzige ist guardiol hat als iv bei angriff jaja bruder genau bruder genau er hat ja heidegger das ist schon wild digger ich glaube letztes jahr die trotz karte von von ein kunko die man freischalten konnte ich glaube die hat doch hoch oder so gehabt aber hier mehr wenn man eine titel und jungs macht nicht gut am ende freitag und er wird viel besser sein oder warum das ist bei jenen unterschiedlicher sagt nicht so was jetzt diejenigen die jetzt in die bully mannschaft haben dem würde ja ein rauch und nix bringen so weißt du aber auch ob ich wissen auch generell nicht wieder in game sein wird weißt du was sie wirklich und so er bekommen wird müssen wir auf jeden fall abwarten aber gordiol sieht die man schlecht aus ich hatte mal auch mit seiner mit seiner inform schon mal am anfang des jahres gespielt coole karträger und mit der special karte noch geiler was sagt sie paulinio bruder paulinio was ich zudem sage also wenn in die bully mannschaft habt und in zb braucht ich persönlich würde glaube ich den spiel in wird dem wird würde ich versuchen wenn es geht erst mal seine dings der future sagt wenn nicht dann sogar seine karte weil ich feier die combo 44 mehr aber wenn ihr skiller seid und sagt ja ich nehme lieber ich will über die fünf ständige muss haben und den dreistin wiko das macht mir nicht aus dann könnt ihr auch die karte nehmen wenn ihr eine bully mannschaft haupt oder generell in aber ich im team einbauen könnte aber ich persönlich wenn ich im bulli team hätte ich würde lieber den würz nehmen wie kann dann ein kunko beeingriff mittel haben ich weiß ich wurde aus kiefer man habe uns geschickt was ich machen kann ok guck mal schnell an danach in die auf blut modus zum kanal das ist ja voll wenig das ist ja voll wenig ne ohne scheiße das ist viel zu wenig digger das ist viel zu wenig meiner meinung nach ich muss eigentlich auch auch machen weil jülle schütte ist und ich ihn mit denen alles lenken kann ja naja ich würde nicht sagen dass jülle scheiße ist also ich finde ist eine geile free karte regal der macht einen guten job digger ist halt so ein deutscher panzer was hat der mir auch für work rates bruder wenn wir mal abchecken danach gehen wir wieder in fifa rein okay diejenigen die neu dabei sind gerne auf jeden fall liebe da lassen gleich noch abonnieren nicht vergessen sehr wichtig der mir auch er mir auch hat mittel ja okay die karte hier die hei kann man machen warum gibt es keine dings so eigenschaften so aggressivität oder sowas das würde mal wäre gerne ab 6 pack viel freitag bruder ui memo nicht schlecht nicht schlecht so scheiße also ich sag mal so oder wenn ich jetzt den schüler benutzen würde und da irgendein mbappel kommt ich stoppe im bruder ich stoppe im bruder am ende kommt es auch sehr viel auf das können an ja meine kommt es sehr viel auch auf das können dann ob man gut verteidigen kann auf den system und so weiter und so fort weißt du genau lkw bei mir sogar ballerabi ist schneller immer rauch oder wie der heißt von barcelona ev okay wo kannst du mal da soll ich schauen können wir mal machen wir gerne wo ich bin besser gewonnen kann jetzt spielen oder hat ja nicht damit zum zu tun oder ich sage nicht dass du schlecht oder so mit mich auch gar nicht wie hier spielt ich sag meine meinung der ich sag meine meinung ich habe mit dem gespielt und da kann kaum jeder kommen wer möchte der macht auf jeden fall einen guten job der du kannst nicht von jedem spiel erwarten was er so 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 es weißt du ich hole mir freitag das 25 mal wir in seine stolz ja gg moin zusammen alles gut bei euch dominik was geht ab bei dir bei uns alle zipptopp wie geht's dir da auf sari bruder abo er hat eine tods karte der bagger abo 6 150 wird precis hores das ist nicht so cool aber aber keine genau mit diesen fait werden zu für eine 352 liga lustige karte liga lustige karte er spielt auch öfters als tv ev oder lv oder wegen diese buchstaben so aber ich hätte bei ihnen mehr erhofft das kann sein bruder so wie gesagt am ende fängt viele karten funktionieren bei jenen anders ich mag dich danke dir body ok heftig das weiß ich nicht wurde ob ihn jetzt nicht so oft gesehen ich glaube das war doch guardiol da hat man so einen griechischen spieler gebaut und dann hat er irgendwas auf griechisch gesagt der gewahr das nicht der zweikampf zwischen den beiden aber so eine wie er auch würde nichts bringen habe eva und jorge müssen links ja wurde das ist auch das ding das ist auch das ding also jetzt bei ob evs da wäre halt auch müll egal was ist los ich kann man nicht einloggen sie kannst du sagen was gestern war oder traurig in der serie also wenn du jetzt das game 1 von die baller die baller und keline meinst du darfst du da wird meinst er baby kommt dabei wie immer wieder in den die verein jungs und mädels lasst auch immer liebe da diejenigen die neu dabei sind wir haben auf jeden fall sechs likes wenn es geht lasst uns auf einmal die zehn likes voll machen das müssen wir normalerweise in den ersten zehn minuten easy schaffen weil wir haben auch sehr viele zuschauer am stadt deswegen lieber da lassen und diejenigen neu dabei sind auch abonnieren sehr wichtig aber auch passt bei mir rein kann man den spielen und wann bruder ich weiß nichts über den ich weiß gar nichts über den ob man den erspielen kann oder so gucken wir in den nächsten tagen und ich habe ein bild von killini sein halal oder das ist doch sehr wichtig justin peace was genau alles klar meine meinung meine du kannst sagen was du willst aber gestern war ein trauriger tag in der serie ja ach so ja oder also was ist trauriger taktik also so klar für die fans generell auch vielleicht für die serie aber so oder gibt es schlimmeres im leben weiß dass meine wäre jetzt deswegen so rum heute also i don't know man genau hat das saudis totzberg ihr hallo was stürmer der lolo hat der gewillt drück x okay ich habe nichts gedrückt doch es gibt ein bild in unkleid von jungen 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 thema wechsel immer wechseln bevor wir über sowas reden was ist denn los immer wechseln der jungs dachte du wärst ein bisschen traurig oder so nein bruder bevor ich über sowas traurig bin so ich kann natürlich die einigen fans verstehen so die die baller fans die jungs wisst ihr warum ich mich eben nicht einloggen kann oder warum ich nicht in fieber reinkommen also bevor ich wegen sowas heule bruder wird schlimmeres auf der welt so weißt du so wie gesagt ich kann die bei killini und die baller ich kann das aus fußball fernseh perspektive verstehe bei einem bruder hat sehr sieben bild mit einem typen gemacht junge digga ich check das auch nicht egal warum wie kann man sich so egal jungs aber thema wechsel ich will neue augen haben aha oder was sie neue augen wurde einfach irgendwie muss man sogar die gedanken löschen können das wäre geil der geist irgendwas bei fifa los oder was ist lustiger als ob back oder was wo man bei der freundesliste regga was macht der arjen digga erst das der spiel squad battles plant ist brian digga was spielt der renner und rivals wurde der spiel drei willst warum kann ich nicht rein das ist ja der marcel aus dem chat was spielt der gut fs ok das sind ja aber auch online digga warum kann ich nicht rein digga was ist denn los digga wie tawamba oder wie der heiß den machen oder dennis habe nicht verstanden was du meinst brudy kann selber nicht rein dann ist das albern digga ich glaube der drin ist der sinne wenn ich der nicht der typ der foto in kabine mit z7 gemacht hat trägt ac trick und jubo kabine wild digga aber wie verhält sich ein stürmer mit lolo der ist ja dann nirgendwo weiß ich brudy wir können wir gehen meine footman wieder rein servishment total auf allen plattformen das ist aber wir gehen mal auf dings rein ich meine wir gehen mal wieder ein dings rein ein footman martial hatte der nicht lolo gehabt bei seiner gold karte guck mal der brea doch lolo also gering gering aber wir wissen auf jeden fall wieder am anfang des jahres war also da kann eklig sein also ich glaube man muss bei solchen spielern man kann ja einiges mit dings klar machen damit mit den anweisungen und so weiter und so fort und beispielsweise wenn der jetzt nicht nach vorne geht dann könnt ihr den hier machen die wild dem martial an allein spaß dann geht in den lauf und dann schickt ihnen lang ball und da habt ihn vor dem tor und sie waren test zu halle an trotz wurde wenn ich zeit habe ich hatte eigentlich überlegt gehabt in den letzten tagen zu machen aber jetzt bin ich meistens immer so abends zu hause wenn es dunkel wird deswegen schwierig ich bin natürlich den oder ich würde den natürlich nicht spielen das spiel wurde aber hat mich interessiert was geht abtoni mein fieber ging was geht abtage alles klar dass man wieder versuchen in viel reinzugehen wenn nicht das wäre sehr albern es wäre sehr albern aber jungs danke an alle auf jeden fall die schon mal die 10 next voll gemacht haben jetzt greifen wie die 20 langsam sehr wichtig der diejenigen die neue dabei sind like nicht vergessen auch noch umgeben auf süß das tut auch nicht weh supporten sehr wichtig und diejenigen die neue dabei sind auch abonnieren damit wir auf jeden fall in dieser woche noch auf entspannt die 870 knacken aber jetzt neues profilbild oder was guardiola guter seitdämf für mich nein ja 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 das bockt nicht der gab das bockt nicht der gerne as bockt nicht der noch einmal digger wenn ich digger dann chillen wird auf hutt bin digger aber warum kann ich jetzt auch generell dings nicht rein in ultimate team aber vielleicht so squat bittels oder so spielen stolz albaner mozilla pro clubs könnten wir sogar machen also wenn wir jetzt fünf leute sind dann würde ich sagen auch let's go aber nicht bei weniger das ball hat auch nicht zu zweit zu tritt zu spielen dann kann ich alleine spielen der gabe alleine mit alle auswählende bin dabei stark jato ist aber sagst du hier hat das immer selber schreiben wenn er bock hat beziehungsweise auch die anderen beziehungsweise auch die anderen in der woche kann ich nicht logo ja das weiß ich ja wurde du spielst ja glaube ich nur wochenende oder sonne aber so besser so ist besser so führen kopf und so ich habe uns auch ein freitag klausur wichtig oder dann lernen auf jeden fall dafür wichtig ist kann man im stream die meine schöne stimme an guck dich mal mose mit links hand mit bandana dann geht es dir schon besser um ist mir südlich spiel in kanada nicht pro clubs das ist sehr eklig wo die versuche auf jeden fall morgen den freizuschalten ja müll digger dann kann ich ja die play denke ich ausschalten oder ich gehe vielleicht in ein anderes game rein ich würde uns sehen die machen wollen wir ungefähr plus 20 likes oder so geknackt haben dann gehe ich vielleicht fortnight oder so ein fortnight oder ich gehe später fortnight rein mausilas 1 gegen 1 mit clubs mit clubs also normale wenn du willst wie könnten das machen aber lass uns doch ein bisschen waren drückt die pro clubs oder wenn wir 45 leute sind fünf leute sind dann würde ich spielen gerade haben wir zwei leute mit dem ich spielen würden also mit dir werden wir glaube ich zwei und die folge ist wird nächsten monat gratis habe ich auch mitbekommen oder ich habe ja auf pc irgendwas auch mit epic game launcher und da stande das auch dass es umsonst wird mir geht es schon besser wenn ich dir mit der fenstel schreibe du bist so süß ardalino ardalino bist so süß ne aber habibi was ist damit der lustige was ist damit der lustige machte eigene dings eigene eigene e-sportmannschaft was ist das was ihr macht wo die wir überlegen uns weil die server tot sind kaputt sind gerade auch keine ahnung was da los ist oder einige kommen da nicht rein dass wir vielleicht dings spielen pro clubs pro clubs da kannst du dir einen character erstellen am anfang hat er glaube ich bewertet von 70 oder so oder 80 und dann spielt man du benutzt diesen character und dann joinst in unserer mannschaft wir haben alle unseren character und damit können wir auf jeden fall dann gegen andere leute spielen verstehst du und man kann am ende sogar wenn man viele leute hat elf gegen elf machen und das ist halt heftig wo die man kann nicht man kann nichts mit online machen shit überprüfen auf update könnte man machen aber ich glaube das wird nichts mehr auf update überprüfen ja wir haben die neueste ja ich glaube heute geht gar nichts ich hätte ja modi aus zu halle ins neue interpost gesehen ein bruder wenn du wenn es irgendwas gibt was ich mir anschauen soll einfach auf insa schicken aber nicht seit da guck ich mir das sofort an das höre ich nicht zum ersten mal dass ich süß bin das war ist ja da lena du hast mich schon einige sachen erzählt oder und ich dachte du wärst mal süßer neffe digger du bist schon im kopf bist schon 25 wenn es erst so ein spiel da muss man eine woche eine prüfung ich hatte zwei wochen davor gelernt die lehrerin hast mich einfach sie gibt mir nur fünf war obwohl ich die fragen richtig beantwortet ab das ist eklig das ist aber aber sie lassen wir uns gehen zumal bruder wenn das geht mach mal wenn das geht mach mal aber ich glaube das geht gar nicht wir kommen schon pro clubs rein schickt mir eine einladung dann können wir das machen wurde aber vielleicht gehe ich danach ding sticker auf football auf chilo 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 jungs lassen wir mal die 20 likes wollen machen diejenigen die dabei sind gerne auf jeden fall liken und abonnieren nicht vergessen beziehungsweise mods ihr wisst auch bescheid wenn die neue leute das sieht dann auf jeden fall herzlich willkommen und versuchen auf jeden fall dass hier den stream liken und im besten fall sogar abonnieren wichtig meine süßen scheiße geht auch nicht wegen online sehr alberne digger das sind so diese phasen kommen wie spiel mal wie spiel mal ding sticker ich spiele mal jährige ich spiele mal karriere digger oder gar nichts geht heute na ach so ich bin pro clubs gegenseitig mal spielende wollte ich gehe mal als erstes den links rennen digger ich habe ich gehe mal in arena rein wo's arena wo's arena wo's arena gut sek aber er er hatte nicht so geschossen wie sie wollte aber man kann auch hier die kinder zu machen der ja Ja komm, wir gehen mal in Dings rein, Digga, warte mal. Haaland, okay. Spiele auswählen, komm, wir machen Haaland, Digga, das wäre lustig, Digga. Wo ist der? Achso, warte mal. Deutschland. Deutschland. Achso, hier, warte mal, BVB, Haaland, Haaland. B9 besser, Digga, B9, so wie sie besser, Digga. Komm, jetzt gucken wir, komm, wie er läuft, Digga. Nein, 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 boom. Digga, ich wollte eigentlich so full ins Winkel reinballer mit voller Schusskraft, Digga. Ich will einmal nur die Latte treffen. Jetzt habe ich das beste Profilbild, das stimmt, Brudi. Oh yeah, wir haben die Latte getroffen, Digga, das wollten wir doch. Jetzt, guck mal, er kann nicht mehr annehmen. Efi? Wichtig. Wichtig, Digga, komm, was kann er also mit drei Stunden der Skill muss? Zack. Sehr schön, Haaland, mach ihn rein. Wichtig, Digga, Jungs, bester Spieler der Welt. Kann auch den hier. Aber was war das? Zack, Weekfoot. Na. Mal sie mal Haaland Rainbow, okay. Spaß, Digga. Abo, mit dem Weekfoot, Digga. Was ist los bei Ihnen, Digga? Abo, wie der runtergefallen ist, Digga. Mal Haaland Rainbow, ich habe ihn so... Nein, Digga, unseren Haaland Rainbow, den Haaland Rainbow werden wir doch nicht hier auseinandernehmen, Digga. Den Haaland Rainbow werden wir doch nicht auseinandernehmen, Digga. Ja, wir wollen ihn doch nicht beleidigen. Mama, la caca, nein, Bole. Jetzt gehen wir... Wir machen mal Karriere fortsetzen, Digga. Ihr sollt mir mal helfen, Digga. Ich will mal Karriere verstehen, Digga. Okay? Ich habe jetzt schon vergessen, was man alles hier macht, Digga, oder wie man das hier alles macht, Digga. Karriere. Kann ich eigentlich ein neues Ding starten, Digga? Warte mal kurz. Kann ich dieses... Ja, das kann man safe machen, ne? Neue Karriere. Ich will eine neue Karriere machen, aber ich habe Bock mit Sassuolo zu spielen. Sassuolo, das wäre, glaube ich... Das würde ich schon irgendwie fühlen. Ah, neue Karriere. Der Jersey Drachen, Mann. Aktuelle Karte verwenden, oder was sollen wir machen? Aktuelle... Ursprünglich wäre halt so genau wie im Sommer, ne? Können wir Sport besser? Ja, würde ich aber null fühlen, Digga. Mach Inter, Vertrau. Nein, Bruder, mit Inter mache ich, wenn ich das drauf habe, Digga. Mit Inter mache ich, wenn ich drauf habe. Ich will so mit kleinere Vereine, so. Ja, komm, wollen wir aktuelle... Komm, wir nehmen einfach aktuelle... Manager Karriere. Here we go. Here we go. Ne, 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 ne. Was heißt ursprünglich? Ich glaube, Bruder, Ding, Digga, was... Die man am Anfang im Sommer hatte, weißt du? Ohne irgendwie irgendwelche Transfers, weil... Beispielsweise... Im Winter kam ja Gosens zu Inter, weißt du? Aber wenn man jetzt ursprünglich machen würde, ich glaube, dann wäre noch Gosens bei Atalanta. Checkst du? Da machst du alle den Tana. Dann nehmen wir Venedig, Bruder. Dann nehmen wir lieber gleich Venedig, okay? Lass uns Venedig nehmen. Warum heißt er Arnes Hans, Digga? Wir nennen ihn Aves. Wir nennen ihn Aves. Warte, warte mal. Wir müssen ihn wieder ändern, nennen Sie den Namen von ihm? Aber eigentlich habe ich auch keinen Bock, Digga. Ne, lass uns mal diese billige Mannschaft nehmen, die wir schon hatten, Digga. Okay, jetzt irgendwie so Gesicht und dies das Tralala zu machen, Digga. Die speicherte Karriereladen. Hoffentlich bekommen wir eine Anfrage und dann gehen wir ab, Digga. Manager Hijazi, Digga. Hijazi, Aves, ja, Digga. Hijazi, Sohn von Aves, Digga. Sehr geile Namen, ne? Okay, was machen wir jetzt? Wir nehmen das, wo am meisten Geld ist, Digga. Dieses hier nehmen wir, ne? Diese hier nehmen wir. Wollen Sie Vertrauen machen mit Salzburg? Oder irgendwann, irgendwann, Bruder. Irgendwann, wenn ich jetzt drauf habe, ja? Ich muss das erstmal noch checken, Digga. Ich habe gar nichts hier drauf, Digga. Jungs, was würdet ihr jetzt machen? Was würdet ihr jetzt machen? Kleine Mannschaften, kann CL spielen und keine gute Liga? Joa. I don't know. I don't know. Jetzt sagt mir, was ich hier machen soll. Wo kann ich sehen, wie viel Cash ich habe? Okay, Büro. Okay, wir haben 11,83 Millionen. Also knapp 2 Millionen. 1 Million. Ah, nee, da unten. Gehaltsbudget. Ah, nee. Sorry. Ganz fair Budget. Knapp 12 Millionen, Digga. Was sollen wir jetzt machen? Müssen wir hier auf jeden Fall Hälften, Digga. Weißt du, irgendwie, bei Teamzentrale könnte man ja einige Sachen machen, ne? So, irgendwie verkaufen, die ist das. Wohlaube auf Süß. Aber hier, wie, das ist irgendwie untere Liga oder so. Hier wird keiner kommen, Digga. Lass uns erst mal mit dem, was wir haben, wachsen, Digga. Kauf dir Oka vor, ist ein guter Mann und hat Talent. Brodi, Habibi, bevor der zu uns kommt, Digga. Bevor der hier, glaube ich, kommt, Digga. Das Ding ist, ihr sagt mir, holt den, holt den, holt den. Aber ihr zeigt mir nicht, wie man die Spiele holt, Digga. Das müsst ihr doch auch machen, ja? Hä? Guck mal, Transfers, Digga. Spieler suchen, Digga. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Kann man hier die Spieler reinschreiben? Tschüss, Digga, warum so klein, Digga. Okafor. Warum ist er nicht hier, Digga, Okafor? Doch. Was ist doch der, ne? Doch, das muss er doch sein, oder? Moin, moin. Du kannst versuchen, Gabi zu kaufen, er hat Potenzial auf 90 Ratingen zu kommen. Aber Brudi, das Ding ist, das ist so die letzte englische Liga, also dritte oder vierte englische Liga. Meinst du, der würde rüberkommen? Also, ich weiß nicht. Also, ich bin jetzt nicht sehr expert, wurde er in Karriere, wenn das geht, warum nicht, Digga? Guck mal, wenn ich jetzt hier raufgehe. Was dann, Digga? Kann ich irgendwie nicht sagen, ich will mit ihm schnacken. Das ist Okafor, okay? Aber was soll ich jetzt machen? Der ist schon groß, ne? Für einen Flügel- oder Mittelweltspieler. Auf Vermerken. Okay, jetzt haben wir den vermerkt, Digga. Jetzt gehen wir wahrscheinlich raus, ne? Jetzt gehen wir raus. Und was jetzt? Was jetzt? Achso. Dann auf Transferliste, wo ist Transferliste? Vielleicht hier, Zentrale, Digga? Aha. Zentrale, ne? Yeah. Okay, jetzt wählen wir den. Kaufvorschlag machen, ne? Oder was sagt ihr? Lieber kaufen oder Laie sogar vielleicht? Was wäre schlauer, Digga? Okay, Digga. Ich komme langsam in die Stimmung, Digga. Let's go, Digga. Aber Jungs, diejenigen, die FIFA sind, wenn ihr merkt, dass Online wieder geht, dann direkt Bescheid sagen, damit wir direkt in Ultimate Team gehen. Kaufen, er kostet eine Million. Okay. Aber hier an der Seite steht ja sogar Dings. 7,1 Freigamme-Suche. Okay, kaufen. Der Spieler, dieser Spieler möchte nicht in eine Liga wechseln, deren Niveau. Hey, Digga, wir sind noch Geringverdiener. Wir sind Geringverdiener. Jungs, lass uns lieber Dings holen. Ähm. Es gibt so eine Seite, habe ich mal gehört. Da kann man Dings sehen. Die ganzen Talente, Digga. Oder Potenzial oder so, ne? Bro, als vierte Liga vorhin, I don't know, das ist nicht gut. Ja, das ist auch mein Ding. Das war auch mein Gedanke. Aber es, Juli. Wir müssen uns blamieren, Digga. So FIFA, ne? Genau, Digga. So FIFA. Da, Digga, ich guck mal, ob da... Ich guck mal Dings an, Satriano, Digga. Satriano ist... Satriano ist... 79 ist sein Potenzial, Digga. Okay. Na, ich sag euch ehrlich, wir müssen... Was wäre euer Tipp, was wir machen müssen? Ola dachte, das geht, ne? Wurde ich schon mal Oka vor... Nein, Bruder, das bringt ja nichts, wenn wir den anschauen. Wir haben ja leider da so oder so kein Dings. Was glaubt ihr, wenn man da holen könnte, Digga? Wenn nicht, dann mache ich eine neue, Digga. Dann mache ich einfach eine neue mit Dings, Digga. Ich merke Tipps und Trinks, weil alles... Digga. Ne, Digga, wir müssen mit Dings machen. Ich mache mit Sassou, Digga. Man kann hier mit Salzburg vertrauen mir. Bruder Salzburg wäre safe, gel, yo. Aber ich will so eine kleine Mannschaft, yo. Komm, wir machen mal den hier. Wir machen mal den hier, warte mal. Machen wir den ursprünglichen Kader. Ich mache mir erstmal einen Spieler. Ich meine, äh, einen Trainer. Ihr könnt in der Zeit auf jeden Fall schreiben, mit welcher Mannschaft ihr machen soll. Und die Mannschaft, die ich am meisten fühle, die will ich aus. Und dies, oder dies, kein, guckst ihr dir an. Was klein. Was geht, ja, alles klar, oder ja? Welcome in the stream. Knauf ist gut, Bruder, wer ist Knauf, ja? Hey, Jersey. Drachenmann, Digga. Der Drachenmann. Komm, Bruder, macht Zufall, drückt bei Serie A4. Okay. Was für eine Nationalität machen, wir werden, wir machen Deutsch bei Ihnen. German. We are German, man. Kann ich ein Gesicht importieren, Digga? Ey, stark, Digga. Achso, das ist aber nur Gesicht importiert, ne? Das ist nur Gesicht, Digga. Ich will alles, Digga. Alles oder nix, Digga. Alles oder nix, Digga. Aber ich glaube, ich glaube, die Frise und so muss man alles neu machen, ne? Die Frise. Wir geben ihm einen Vollbart, Digga. Macharak. Vielleicht machen wir sogar Arak. Wenn AC oder Jube kommt, RIP. Das wäre eklig. Ab dieser Woche Abschlussprüfung und dann endlich fertig mit Schule nach 13 Jahren. Wild, ne? Wild, ne? Ja, von Eintracht Frankfurt, der ist 20 schon und kann auf Rating 86. Komm, wild. Ja, wir gucken mal gleich, welche Mannschaft wir auswählen, Digga. Wir machen, wir geben ihm mal so einen Bart, Digga. So einen ägyptischen Vollbart, Digga. Was für eine Frise geben wir ihm? Diese Frise, Digga, oder warte? Haben wir keinen Up-Road, Digga? Nee, diese Frise ist wild, Digga. Diese hier. Aber welche Farbe, Digga? Die Farbe muss schon, die muss schon herausstechen. Pink wäre geil, ne? Gibt's kein Blau, Digga? Nee, Blau und Pinke Bart, Digga. Und Pinke Bart, Digga. Pinker Bart, man nicht. Was geht? Was geht ab? Maxi, alles klar bei dir? Einmal Pinke Bart, Digga, dann geht's ab, Digga. Ey, nein, kann man gar nicht. Ja, okay, dann machen wir diese hier. Das sieht schon gut aus. Wenn er sich kommt, tauscht er auf wie Kolarow. Ja, let's see, man, what we will do. Oberteil. Warte, wie macht man den hier auf süß? Jacke muss sein, Digga. Jacke. Hose, Digga, was für eine Hose geben wir ihm? Sporthose ist gut. Sporthose ist gut. Aber Schuhe sind halt auch wichtig, ne? Socken, scheiß drauf. Wir brauchen keine Socken, Digga. Wir brauchen geile Schuhe, Digga. Welche Schuhe, Digga? Wir geben ihm diese Schuhe. Wir geben ihm diese. Diese hier, Digga. Der sieht jetzt gut aus, Digga. Let's go, man. Was ist los mit den IS-Servern, Bruder? Ich weiß auch nicht. Die sind leider heute müde. Die haben heute keinen Bock, Digga. Jo, bei mir auch alles tipptopp. Habibi, bei mir auch alles tipptopp. Er ist jetzt aus Irak. Hejazi. Da müssen wir auch seinen Namen nennen, Digga. Wie nennen ihn dann? Aves. Olo. Aves Olo. Ne, 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 ne. Wir machen den, Digga. Drachen. Drachen Olo. Wichtig, Digga. Wichtig. Hab ich den Süle vielleicht mitgemacht wieder rasiert? Hoffentlich, Bruder. Und vorne. Wollen wir sogar so machen? Kann ich noch zurück? Nein, dann geht alles verloren. Nein. Nein. Ich hätte es sonst gemacht, Digga. Ja, Tolein, Aves Olo, Digga. Shit, Digga. Stolz Araka. Habibi. Kommt zu Baghdad, Digga. Komm, schade, Digga. Hejazi-Türkische Wurzeln, Digga. Ey, warte mal. Ne, man kann hier keinen. Man kann hier keinen Dings machen. Zufall, ja. Ey, Jungs, spammt man jetzt ein paar Mannschaften rein. Also jetzt nicht übertreiben mit Spam, aber jeder schreibt eine Mannschaft rein. Und dann checken wir mal ab, Digga. Bis dahin, diejenigen, die neu dabei sind, gerne abonnieren. Und ein Like da lassen. Sehr wichtig für den Algorithmus. Sehr wichtig. Okay, Aves ist für Salzburg. Was sagen die anderen, Digga? Er macht Auge und Dreh und Dreh. Let's see, brother. Let's see, maybe. Das könnten wir aber auch bei den Ligen machen. Okay. Zweimal Salzburg, Digga. Salarintana mit Rabarie, aber Bruder, du bist schon der Zweite eigentlich, auch der Salarintana meinte. Ich glaube, Arda meint doch Salarintana. Und du jetzt auch, RC. Das fühle ich schon. Schalke wieder in die Erstliga bringt. Das wäre auch interessant. Oder Salarintana. Dann haben wir sogar drei, die für Salarintana sind, Digga. Ich persönlich würde eigentlich Dings fühlen. Venedig. Weil, ist auch eine geile Mannschaft, Digga. Geile Trikots. Dies, das, tralala. Aber Salarintana könnte man auch machen, Digga. Ich glaube, wir sind auch in der Champions League. Masalintana, was haben die? Ich habe ja gar nichts. Ich habe ja gar nichts. Wir bringen die jetzt auch nicht Bock. Oder ich will einmal nur Karriere verstehen, wie man das spielt, Digga. Dann glaube ich, werde ich sogar Karriere-süchtig, Digga. Bro, mach mal Augen zu und Dreh und was da kommen. Dann lass das auch bei den Ligen machen, ja. Warte, wir gucken einmal noch Dings. Salzburg, aber danach mache ich Dings. Dann gucken wir mal. Kann man hier keine Kontinente einstellen? Dass nur europäische Länder kommen? Wo ist man Österreich bei O, ne? M, N, O. Die müssen auch eigentlich kommen, Digga. Ada. Egal. Wo sind die, Digga? Salzburg, Digga. Ja, 20 Millionen, aber die haben guten Wert, ne? Die haben aber guten Dings. Ne, am besten Kackfallen und dann CL schießen. Würde ich auch eigentlich am liebsten machen, Digga. Aber es muss schon, glaube ich, eine Erstligamannschaft sein. Mindestens. Aber komm. Wir gucken mal kurz weg, Digga. Let's see, welche Mannschaft da kommt, Digga. Lalalalalala. Nanananananana. Ich habe dreimal, darf ich das machen, okay? Dreimal. Let's go. Schottland haben wir einmal, okay? Schottland. Schottland. Wäre auch interessant. Noch einmal. Aber es muss um ein europäischer Land sein, okay? Drei, zwei, eins. Los. Dänemark, okay. Dänemark. Dänemark ist schon noch geil, also Kopenhagen oder so? Rangers, Kapi, wäre interessant, Digga. Jetzt letzte. Letzte. USA, USA, nichts. Es muss schon ein europäisches Land sein, Digga. Drei, zwei, eins. Let's go. England, ey, Jungs. Premier League. Premier League. Premier League. Was sagt ihr, Digga? Premier League ist schon geil, Digga. Ich würde die auf jeden Fall wählen, Digga. Da machen wir auch einmal dreimal spinnen und dann checken wir mal ab, welche Mannschaft hier kommt. Oder sagt die lieber eine andere, Digga? Weil hier hätten wir Cash, Digga. Da, jetzt auch blind. Ja, ja, klaro. Komm. Please to erwarten. Ja, so eine kleine Mannschaft, ne? Komm. Drei, zwei, eins. Let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, was für eine Mannschaft hier kommen wird. Und stopp. West Ham. Ja. West Ham. Weiter geht's. Die Hammer. Die Hammers. Perfekt, nicht so krass und nicht so schlecht. Ja, ne? Das ist so ausgeglichen, Digga. Let's go. Wetport. Könnte man auch machen. Stabilowitsch. Komm, letzte. Letzte. Drei. Zwei. Eins. Los. Okay. Was sagt ihr dazu, Digga? Hey, Bro, was geht, Junge? Geiles Profilbild, aber ist der, ja. Geiles Profilbild, Ehre, Mann. Was geht, Marco? Welcome in the Stream, alles klar. Jungs, sagt ihr, Digga, aber das ist, das ist aber, ich weiß nicht, ja. Aber wir könnten eigentlich aus Tottenham eine Top-Mannschaft machen, ne? Du kannst jetzt die aussuchen, wie viel Money du willst. Nein, wir machen das ohne, oder? Chöp, ne? Weiß nicht, Digga. Wir müssen... Das ist dieses Bild. Ich bringe Ikati zurück zu Inter. Ja, ja, Bruder, ich weiß, das ist Humphnel. I know, man. Ne, komm, Digga. Wir machen noch... Wir machen diesen Spin auf der linken Seite. Tottenham gewinnt dann ihren ersten Titel. Das stimmt, Digga. Komm, 3, 2, 1, los. Leads. Damit wäre ich einverstanden. Mit Leads. Obwohl, sagt ihr ein bisschen schlechter, geht's noch. Du siehst auf dem Profilbild 20 Jahre jünger aus. Das kann sein, ich weiß nicht, Digga. Aber guck mal, das ist jetzt auch zwei Jahre her, ne? Das Bild oder ein Jahr, ich weiß nicht, Digga. Und generell, Bruder. Handybild, Cam-Qualität morgens, abends. Es gibt Unterschiede, weißt du? Da war ich aber auch voll in meinem Fußball-Film, Digga. Ab Apex 17 Kills geholt. Bin Piss wollte 20. Oh, man. Ab was geholt wegen die Baller. Der Junge will nicht weg, Mann. Oder der wollte auch nicht weg, Digga. Aber Juwe halt, ne? Robert Leads, Rodrigo, der war FIFA 21 der Beste, ja. Nicht so gut. Ich höre eine Glatze von Mousy. Habibi, das ist doch keine Glatze, Habibi. Das ist eine geile, das ist eine geile kurze Frisur, Bruder. Wenn man Glatze macht, dann sieht man ganz anders aus. Dann sieht man aus wie... Was sagt ihr, wollt ihr diese Mannschaft? Oder warte, ich mach einmal ein letztes Mal, Digga. Dann entscheiden wir uns von den ganzen Mannschaften in 3, 2, 1, los. Everton. Everton ist gekommen, wir wollten Everton. Zufall. Lass uns diese Mannschaft nehmen, Digga. Blaue Trikots. Aber mein Feind zerstört den FIFA, Ronaldo P.O. Tim ist das zu... Okay, GG. Gib ihn auf jeden Fall Ingen, Brudi. Gib ihn auf jeden Fall Ginger, äh, Ginger, genau, äh, Ginger, Digga. Was für Ginger, Digga? Komm, Digga, wir nehmen Everton, Digga. Wir nehmen Everton. Okay. Was gibt's hier? Ja, komm, Weltklasse, obwohl ich nicht mehr gut bin, Digga. Ja, Euro, Digga, damit das für uns leichter ist. Halte zu Beginn, nee, sowas wollen wir nicht, Digga. Ja, streng, Digga. Streng ist wichtig, Digga. Können wir auch machen. Können wir auch machen. Stadion, nee, brauchen wir ja nicht. Ich kann Everton nicht mehr sehen. Oh, man. Oh, man. Shit, man. Warum, Bruder? Wegen Richard Leeson? Wegen Richard Leeson, sein Upgrade, oder hast du zu viel mit den Karriere gespielt, Digga? Loading, loading, ein bisschen schneller. Hey, Jungs, kennt ihr Mr. Tom, Digga? Kennt ihr Mr. Tom? Wenn ja, mögt ihr das Digga, Mr. Tom? Das sind diese Nuss, diese, auch so ein Riegel, Digga, wo diese Nüsse dran sind. Ja, Bruder, das hat mich seelisch zerstört. Bruder, glaube ich dir. Glaube ich dir. Komm, machen wir den jetzt. Yeah. Tut mir leid für die Bildänderung, Herr Professor. Nicht schlimm, lieber Schüler. Drachenolu. Drachenolu. Let's go, man. Hey, der sieht fresh aus, ja? Ja, der sieht, der sieht stabil aus. Vollbart von Arda. Schnauzer von Jato. Was machen wir, Digga? Wir nehmen 9,8, Digga, wo diese Mannschaften dabei sind, oder? Oder wollen wir diese italienischen Mannschaften zerstören, Digga? Ja, komm, wir spielen hier. Wir wollen Geld haben, Digga. Haare auf 1, 2 Mann gelehnt, genau, Bruder. Hey, Jungs, jetzt hilft mir mal. Oh, sie bringen Richard Lusson. Äh, genau, Richard Lusson. Bring Richard Lusson in die CL, yeah, man. Habibi, come to Dubai. Okay, Jungs, ich weiß nur, was sie damals meinte, Digga. Teamzentrale gehen, Digga. Und das am Anfang klären, ne? Also, die Älteren, glaube ich, alle wegballern, ne? Oder so? Komm, Begovic können wir doch wegballern. Ultibale XT könnte man sogar machen, aber ich weiß nicht, auf der Gute ist, Digga, viel Dings. Also, wir müssen, Jungs, wir müssen auf jeden Fall einmal zusammen machen, eine Karriere, Digga. Ich will das spätestens bis FIFA 23 einmal das alles draufhaben, Digga. Dann geht's ab, Digga. Hier auf Mannschaft und dann auf Kader. Und schau, wer alt ist und so. Hier auf Transferliste verkaufen. Okay, komm. Den behalten wir natürlich, den behalten wir, Junge. Der ist alt. Auf die Transferliste setzen. Den, obwohl er Bosnia ist, Digga, ich mag Bosnia. Komm, der muss leider auch weg, Digga. Den behalten wir. Müssen wir behalten, behalten, behalten. Obwohl, sagt die 28, Michael Keane. Bro, ich sag, Namen, die er sich, Mann. Warte, Bro, ich sag, Namen, die er sich nicht mehr leisten kann. Er ist aber noch nicht Liverpool. Joa. I don't know. Komm, Digga. Arda, dein Wort hat gesetzte, Digga. Geht fit oder abgeben? Ademi ist gut für Karriere. Oder ich weiß nicht. I don't know, man. I don't know. Ademi billig und schnell und gut, okay? Aber was sagt ihr hier, Jungs? Soll ich den abgeben? 28 oder ist er? Oder sagt ihr, dieses Alter geht fit, Digga? Warte, komm, wir machen erst mal weiter. Die ganz alten ballern wir auf jeden Fall weg. 32. Das ist auf die Transferliste. Allen, nee, nee, Allen behalten wir. Obwohl, der kann auch weggehen. Er ist 30, ne? Ach, Bruder, immer wenn du live bist, rettest du meinen Tag. Bruder, danke für diese Wörter, Bruder. Danke dir, mein Bruder. Wenn ich auch sowas lese, Bruder, das gibt mir auf jeden Fall auch gut Kraft, Digga. Danke dir, mein Beste. Bro, es wird einfach nicht mehr FIFA 23 heißen. Ja, Bruder. EA Sports FC, Digga. Gib ab, die kein Potenzial haben. Habibi, I don't know who has Potenzial and who not. FIFA geht fit für eine Saison, okay. Allen verkaufen, er bringt noch sehr viel Geld, okay. Allen habe ich verkaufen, Digga. 25, 31, Delft, Digga. Der Mann mit der schönen Glatze. Jordan. Obwohl, der kann auch weg, ne? André Gomez. Intersport, selbst sie, Digga. Tschüss, wer ist das, Digga? Der kann auch weg, Digga. Guck mal, 29, warte, warte mal. Den geben wir auch weg, Digga. Cenk Tosun, Bruder. Du bist zwar unser türkischer Bruder, aber müssen wir leider abgeben, Digga. Vielleicht irgendwie dafür diesen Akürkoldo. Ja, komm, okay, wir haben das jetzt gemacht. Ja, hör mal, ich grüße dich. Was geht ab, Kylie? Welcome in the Stream. Abgesehen von uns, dass eine Smacks, Digga, gehackt wurde. Also sein Account bei YouTube, oha. Also YouTuber-Account. Warum das denn, Digga? Warum das denn? Und wie das denn, Digga? Heftig. Heftig, Digga. Das ist ekelhaft, Digga. Keen zurückkommen, please. Habibi. Tony, deine Bruder kann man nicht ernst nehmen, yo. Also holen Konya-Spieler. Boah, wir gucken mal, wie man da holen kann, Digga. Ihr müsst mir auf jeden Fall schon helfen, Digga. Und was jetzt, Digga? Was jetzt mit den Youngstars, die ihm verleihen? Raspadori wäre geil, Digga, sage ich dir ehrlich. Raspadori. Keine Ahnung, Bruder, da läuft die ganze Zeit so ein Tesla-Stream oder so. Ekelhaft, aber auf YouTube, Digga? Ich suche das gerade, man kann nicht mal seinen Kanal finden, Digga. Krank. Krank, Digga, das ist ekelhaft. Man kann den Kanal einfach nicht finden, Digga. Digga, das ist echt ekelhaft, Digga. Geh nicht aufs nächste YouTuber-Konjunks. Okay. Ja, okay, Jungs, erstmal hier auf jeden Fall weitermachen, Digga. Lass mal hier auf jeden Fall weitermachen. Was jetzt, Digga? Und das versuche ich jetzt mal alleine, Digga. Digga, ne, Spieler suchen wir das, ja, ne, Spieler suchen. Ich bin in den Account nicht, ja, man, kann ich auch nicht finden, Digga. Aber komm, äh, Raspadori. Raspadori, da ist er. Oder wurde wahrscheinlich komplett gesperrt, weil er es bald zurückbekommt. Aha, okay. Digga, sehr albern, sowas, Digga, sehr albern. Akademie, auf Wunsch, können wir gleich machen. Ey, Doppelsturm, Raspadori und, ähm, und Adi, das wäre wild, Digga. Das Ding ist, er ist gerade im Urlaub, guckt Twitter von ihm. Aber, oder, das kann ich jetzt nicht alles gucken, Digga, aber... Hoffentlich weiß er davon Bescheid, Digga, weißt du? Oder auf die Liste vermerken, war das, ja? Ey, wenn ich den bekomme, das wäre cool, Digga, wenn das geht, Digga. Ich schreib mal hier Raspadori auf SoFIFA, Digga. Raspadori. Okay. Er kostet 17 Millionen, ja? 17 Millionen und Gehalt ist bei 25 K. Okay, er weiß es, er tut mir so laut, 100 Pro, Bruder, 100 Pro, Digga, ob groß oder klein oder wie auch immer. Das ist ekelhaft, Digga. Er braucht den ganzen Preis, na, oder man kann ja auch, glaube ich, auf SoFIFA, weißt du? Das weiß ich noch, Digga, das hat mir mal irgendeine Reingeschrieben. Warum muss ich Rivals suchen, weil für die 8 Sieger habe ich schon, habe ich schon zwei, also schaffst du, Bruder, schaffst du. Okay, jetzt gehen wir mal hier, Kaufvorschlag. Dieses Spiele hat eine fiktive Freigermusung von 23 Millionen Zahlen und die Feind, was sagt ihr, Digga? Was sagt ihr, Digga, das ist ja, was sagt ihr, Digga? Was sagt ihr, Digga, wollen wir das machen oder nicht, Digga? Ah, das ist auch so, oh, das, warte, das ist die auch so Streamshade mit dem Virus links und so. Geh auf 9. Du bekommst den Billiger, okay. Safe, Digga. Safe, Digga, ich warte noch einmal, wenn Arda noch drin ist, ich warte noch einmal auf das Wort von Arda. Ja, das ist ja auch so, Digga. Um uns, hast du dir überlegt, Digga? Oder, was heißt, überlegt? Ich werde mir den Safe holen, aber sobald ich Zeit habe, hole ich mir das, weißt du? Das Ding ist, kann sein, dass es in den nächsten Tagen stabil regnet, Digga. Sehr stabil regnet der Donnerstag, Freitag, dann kann es sein, dass ich früher zu Hause bin, dann würde ich mir das holen. Weißt du, aber die letzten Tage komme ich ein bisschen spät, weil es ist ja auch sonnig, aber ich würde mir das holen, wo der Wochenende spielen wir das. Ich habe schon Bock darauf. Ich kenne mich aus mit Karriere, okay. Wenn wir, wenn wir den nicht bekommen, oder? Aber es ist immer nicht, aber nicht sauer. Haben wir FIFA 19 geholt, nur für Karriere, wo FIFA 19 neu war. Okay, welcher Spieler kann man sich holen? Ich glaube, man kann sich einige holen, weiß nicht. Aber ich hätte schon Bock auf Raspadori und Adeyemi im Sturm. Das wäre geil. Angela Freitag, Bruder, da sind alle zu Hause von Community. Lass uns auf jeden Fall versuchen. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn ich am Freitag so 21 Uhr starte, egal so zwei, drei Stunden, machen wir FIFA. Beziehungsweise FIFA, Pots, La Liga. Und dann check-me-up abends. Wenn du mehr Karriere schaffst, dann Kauf Haaland. Na, Bruder. Wir können die nächste Saison holen, Bruder. Lass uns, ich muss erst mal, Jungs, ich muss mir erst mal Karriere beibringen, bevor ich schon sage, das holen, dies von. Wisst ihr, was ich meine? Was soll ich jetzt hier machen, der Gab? Ganz viel Summe anbieten. Du kannst auch Spieler umformen, halt deren Position. Ja, ja, das habe ich auch gesehen hier. Aber ich würde ihn lieber im Sturm spielen, der Gab. Ja, Uli, Janis, Haji, gucken wir mal. Der Wigitärzeit, dann behalten wir Among Us statt. Ja, ja, Bruder. Ja. Was soll ich hier machen? Kanzler Summe hinzufügen. Versuch, Spieler zu tauschen. Könnte man auch machen. Und deswegen ist, Jungs, jetzt jeder sagt, ah, dies, das, Digga. So, ich weiß halt auch, am Ende auch nicht. Ich würde einfach sagen, Digga, Transfer Summe anbieten, Digga, oder warte mal. Warte mal. Warte mal, Spielertausch, Digga, aber ich glaube nicht, dass sie das machen würden, oder? Und mit welchen Spiele überhaupt? Ich spiele dir einfach an, Digga. Moin, Moin, Jonas, was geht ab? Alles klar? Warte mal kurz. Hier steht, 17 Millionen ist ein Wert, Digga. 17 Millionen, Digga. Dann geben wir mal ihn. 17 Millionen, Digga. So, FIFA, Digga. Okay. Also, ich versuche mal mit 15, okay. Komm, Digga. Noch weniger, okay. Also, auf so FIFA steht halt 17 Millionen, dann machen wir mal 15, ein bisschen weniger. Abo, was ist los, Digga? Haben die schon angenommen, die Dullis, Digga? Was ist das, Digga? Jetzt müssen wir wahrscheinlich mit dem Spieler so klären, ne? Ehre, Digga. Ehre, Digga. Jetzt verhandeln, ne? Der hat angenommen. Ehre, Digga. Alles gering verdiene. Haben wir angenommen. Kann ich das überspringen? Ja, wichtig, Digga. Okay, Jungs, ähm, bei so FIFA steht sein Gehalt ist 25k. 25k. Aber jetzt haben wir nicht gesehen, was der haben möchte, ne? Und wie findest du meinen Mod als Schulnote? Also, wie gut? Brudi, ich sag dir das, ähm, am Sonntag sag ich dir das, okay? Sonntag sag ich dir Bescheid, okay? Habibi? Aber bisher, Digga, bist du auf jeden Fall sauber. Bist du auf jeden Fall sauber, man besser. Komm, wir machen einfach den, ja? Macht 20k und Einstiegsgehalt 300k, okay. Ey, warte mal, wo kann ich das machen? Aber was muss ich jetzt hier, Digga? Perspektivspieler, Flüsselspieler, wichtig, Rolation, Digga. Das merke ich mir, 20k und Einstiegsgehalt 300k. Was sagt ihr hier? Giacomo Raspadori. Ich guck mal, was der Potenzial von Scamacca ist, Digga. Das wäre auch mal interessant, Digga. Scamacca. Scamacca, doch 84, ne? Aber... Machen wichtig. Wichtig. Wie viele Jahre? Vier Jahre, drei Jahre, was sagt ihr? Vielleicht sogar 150 bis 200, weil der noch jung ist, aber kann... Ja, wir machen sonst 250. Fünf Jahre, Digga, save? Tschüss, Jungs. Die meisten sagen, 50, dann gehen wir mal 50. Immer so viel, es geht, okay. Wild, Digga, aber ich glaube, was hier? Freigabe, Summe, übergehen oder Vorschlag. Was sagt ihr, das ist ja diese Dings. Gefällt gerade das Wort nicht an. Sonst geht der Ablösefrei. Ja, ja, das stimmt, Digga. Aber was sagt ihr? Übergehen, okay. Genau so möchte ich das haben, Jungs. Danke für die Hilfe, Digga. Einfach so wollen wir das so durchziehen, Digga. Und jetzt... Aber wir konnten gar nicht dieses Gehalt auswählen, ne? Guck mal, der möchte 38 haben. Er will 38 haben, ne? Wo kann ich das auswählen, Digga? Achso, bearbeiten, ne? Genau, warte mal. Aber meint ihr, der nimmt jetzt an? Guck mal, 20. Und hier machen wir einfach 250, oder? Doch, du kannst bearbeiten, okay. Mach 32, kein Einstieg und 300, okay. Dann mach mal den hier, 30, Digga. Und hier auch 30, Digga. Was sagt ihr, Digga? Sagt ihr gut oder nicht so gut? Gleich lehnt ihr ab, Digga. Dann... Bruder, dann stürmen wir sein Zuhause, Digga. Mit deiner Connection aus Rahl steht, Digga. Was sagt ihr? Kann man machen, Digga? Oder sollen wir ein bisschen mehr machen, Digga? Bei Gehalt, Digga? Kann sein, dass die Ablehnen... Ne, wir lassen uns nicht ablehnen, Digga. Dann machen wir mal... Komm, lass 35 machen. Dann wollte 38, wir geben ihm 35, oder? Ob süß, Digga. Mach Bonus ein bisschen höher. Komm, wir machen mal den jetzt. 32. So, Digga. 32, 32, okay. Komm, ich gehe jetzt rein, Digga. Wir gehen rein, Digga. Wenn nicht, dann ist sie ein... Oder haben wir das gemacht? Ey. Das habe ich gar nicht gespeichert, Digga. Shit. 32. Und auch 32, Digga, okay. Ich habe ein gutes Gefühl, Digga. Wenn ihr nicht annimmt, dann ist er eh klappt, Digga. Ich verstehe, wie... Wie sieht's aus, Digga. Wenn der Deal klappen soll, dann muss man klären, mindestens... Okay, der will seine 38 haben, der Hund. Wollen wir... Wollen wir 36 versuchen? Ein Hund. Ja, oder sollen wir 37 und halb machen? Du willst ein bisschen weniger, Digga. Egal, ne Manns-Safe, Digga, einfach annehmen? Mach akzeptieren. Was ist bei Dori, Digga? Ich dachte, du wirst ein guter Junge, Digga. Guck mal, wie Hijazi lacht, Digga. Sowieso, Jungs, oh, shit, Digga, ich habe mein Ding, das gemacht. Ein Controller und so, Digga. Jungs, das muss ich ja noch sowieso verstehen. Wenn wir das nicht perfekt machen, ist nicht schlimm. Aber FIFA 23 muss ich auf jeden Fall Karriere, einige Karriere-Streams machen. Ja, Brüdi, here we go. Raspadori, Giacomo Raspadori is going to erwarten. Here we go. Jetzt hast du ihn fein. Okay, Stabilovic. Stabilovic, okay, Jungs. Adeyemi würde ich noch gerne haben, Digga. Wir gucken immer noch von Adeyemi Dings an. Potenzial. Adeyemi. 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 Digga, wer ist Tom Adeyemi? Hä? Wo ist er, Digga? Weißt du, Karim Adeyemi oder nicht? Karim. Da ist er, 74. Abo, 87, Digga. Kabilovic. Ja, komm. Jungs, diejenigen, die neu dabei sind, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Abonnieren und Like nicht vergessen. Immer lieber da lassen, sehr wichtig. Da ist er. Adeyemi, 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 Adeyemi. Oh, man. Genau, ich wollte schon sagen, da ist irgendwas falsch. Adeyemi, da ist er. Karim Adeyemi, Maschine. Richtige Maschine, Digga. 10 Millionen wert und 6 in K, äh, Gehalt, Digga. Stark, Digga. Ey, warte mal. Komm mal, wir gehen hier. Von Wunschlicht, äh, Liste streichen. Hä? War er schon auf unserer Wunschliste? Ademi kann auch höher als 87 werden, aber er kann auch 90 werden. Okay, yeah. Yeah. Ja, da ist er ja schon, okay. Kaufvorschlag. Jungs, Digga. Jungs. Ich freue mich schon, Digga. Aber ich hätte mir mehr gefreut, Digga, bei mir so. Aber okay, nee. Er hat ein Geht schon fit, Digga. Er hat ein Geht schon fit, Digga. Aber ich denke mal, bei Premier League, Digga, so. Die haben Cash, dies, das, Digga. Vielleicht so eine kleinere Mannschaft von so einer anderen Liga. So eine französische Mannschaft wäre auch geil, oder nicht? Aber komm, wir sind jetzt hier erwarten, Digga. Jetzt machen wir das auf jeden Fall. Ähm, 8 Millionen oder 5 Millionen? Ich denke, ich mach mal 8 Millionen, Digga. Oder 7,5. Komm. 7. Komma, 5. Here we go. Das war... Hey, überspringen, ja. Was jetzt? Die haben wir schon nicht angenommen, ne? Saniolo. Wo wir... Ohne Scheiß, ich würde sogar fühlen, Digga. Wenn wir uns ein ganzes Italiener hier hinholen, Digga. Aber der ist safe teuer, Brody. Der ist safe teuer. Saniolo. Ja, Bruder. 47 K, Digga. Lass uns erstmal mit den Babys anfangen. Haben abgelehnt? Nein, Jungs. Kann man wieder machen? Kann man nicht wieder schicken, Digga. Leg mich jetzt hin und bleib im Stream, weil ich hab so Kopfweh. Oder wenn du Kopfweh oder sowas hast. Ich würde dir sogar sagen, mach Flugmodus auf dein Handy und geh pennen, ja? Wenn ich trinke ein bisschen Wasser. Leider. Also man kann jetzt das nächste Mal machen, oder was? Nach sieben Tagen. Moin Umberto, Digga. Was geht ab? Alles klar bei dir? Nach sieben Tagen, okay. Das heißt, sieben Tage simulieren und dann kann man das, ne? Geh raus und dann auf Kalender simulieren, okay. Ja, komm. Wo ist Kalender? Hier, ne? Na, 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 na. Okay, genau. Wollen wir nicht. Bringt es hier was, wenn ich so Dings mache? Ähm. Wie soll ich sagen? So eine Formation oder so? Ändert ihr das oder spielt ihr einfach mit der Formation, die ihr habt? El-Ghazi, Digga. Von wo ist der, Digga? Ist der Ägypter, Digga? Ist der Ägypter, ne, Niederlande, Digga? Er muss bei dir aber Schmerz, warte. Er muss bei dir aber, ne, Schmerz, ne? Ja, Bruder, glaube ich dir. Glaube ich dir. Die Baller, beziehungsweise auch, äh, Kelini, ne? Auch Kelini darf man halt auch nicht vergessen, aber... Ja, mal sehen, wenn Jugo jetzt holt, Bruder. Let's see. Lass einfach so. Du kannst ändern, wie du willst, okay. Aber wir ballern, wir machen mal, versuchen mal eine coole Mannschaft zu machen, Digga. Aber ey, lass uns noch ein paar Außenverteidiger holen. So mit Tempo, Digga. Wär's Cole, man Digga. Außenverteidiger müssen wir noch holen. Sehr wichtig. Außenverteidiger. Geht's ab, Digga. Also du musst noch Raspa reintun. Achso, wo ist er? Er ist wahrscheinlich in Reserve, ne? Ah, ist er mein Junge, Digga. Raspa Dori. Jakomo Raspa Dori, Digga. Ey, guck mal, beide unsere Stürmer haben Dings, Digga. 5,5, Digga. Das ist wild, Digga. Pako Raspa Dori, Digga. Das ist doch gut, Digga. Wie alt sind die beiden? 21? 24. Das ist doch, Digga. Das ist doch, Digga. Warte mal. Wer ist das denn, Digga? 31? Du kannst weggehen. Da kommt Carbot 11 hin, Digga. Anderbeek, Digga. Den können wir auch hier irgendwo reinpacken. Belegrini von Juve, ja. Für jeden Punkt auch stabil, ja. Hier liegen die absolute Legende. Natürlich darf man, genau nicht vergessen, 18 Jahre für Juve gespielt und angeblich sind sich Juve, oder das wäre, ich sag ehrlich, Digga, die Maria zu Juve, das könnte, das wäre doch sehr geil, Digga. Das ist auf jeden Fall stabil, Digga, weil die Maria, Digga, der hat auf jeden Fall einiges noch drauf, Digga. So, ich glaube, er und Juve werden auf jeden Fall gut zusammenpassen. Bei PSG, Digga, habe ich so das Gefühl gehabt, zwar hat er auch seinen Job dort gemacht, aber die Leute dort, die sind nicht unrichtig. Aber Juve mit Blachowicz, Zakaria, generell, die ganze Spiele, die gerade im Kader haben, das könnte auf jeden Fall eine geile Kombi werden. Ozi, Ferland, Mondi, oder der ist doch teuer oder nicht? Mondi. Pellegrini, aber ich gucke mal ganz kurz Pellegrini an. Pellegrini von Juve. Pellegrini. Nicht der Dingste, Pellegrini. Aber der hat nur 80 Potenzial, ne? Spinazzola, ja. Dann könnten wir generell die zwei Römer holen, ne? Äh, Spinazzola und, äh, Casdor. Ich gucke mal kurz, äh, Spina. Spina, Spina. Wo ist der? Leonardo Spinazzola. Aber der hätte, ja, ne, 33 Millionen ist too much, Digga. 33 Millionen. Hm, aber ich gucke mal ganz kurz mal einen Deal, wie der kostet. Ne, 43 Millionen, ne, ne, ne. Raum, was sagt ihr zu Raum, den der gerade auch so eine Totzkarte bekommen hat. Ah, wie der Raum. Aber auch nur 83 Potenzial. Ich gucke mal, fliegenpong, einmal. Fliegenpong. Fliegenpong wäre was, Digga. 26 Millionen, 85 Potenzial. Für den würde ich mich auf jeden Fall interessieren, Digga. Ja, oder Masraoui. Was heißt Masraoui? Masraoui? Oh, wow, der kostet 40, Digga, wild. Die Maria Vlauvić, Geser, im Sturm, im Mittelwettlocker, McKennie, New Bündnisiano, Pogba, ne? Ich glaube, Pogba wird vielleicht nicht kommen, weil, Manni. Manni, das könnte auf jeden Fall so ein Punkt werden. Manni, du kannst, ich bin zum Beispiel mit Allen tauschen, dann zahlst du weniger. Das wäre interessant, Digga, das könnte man versuchen. Wie müsste ich das machen? Du kannst auch deine R-Bau verkaufen. Kann ich das von hier machen, Digga? Von hier nicht, ne? Oder eine Sekunde, Digga. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Okay, wir machen mal, wir machen eine geile, eine geile Dings, äh, Aufstellung, Digga. Ich werde mal gerne mit den 3-5-2 spielen, Digga. 3-5-2, Digga. Machen wir einfach alles ausgeglichen, Digga. Einfach alles ausgeglichen. Hier auch vielleicht 60, bisschen mehr. Ja, das können wir, Digga. Meint ihr, das ist wichtig, Digga? Überlaufen. In die Verstärkung. Auf italienischer Art und Weise, Digga. Der bleibt vorne, Digga. Der bleibt vorne, Digga. Ja, komm. Let's go, Digga. Wie ist überhaupt oder simulierst du alles, Bruder? Ich hätte jetzt keinen Bock, das zu spielen. Ich werde, glaube ich, simulieren, Digga. Simulieren wäre geil, Digga. Aber warte mal kurz. Jetzt packen wir die Spieler auf deren richtigen Positionen hin, Digga. In ZUM haben wir, glaube ich, nicht. Aber das könnte doch der hier machen. Der Bre könnte das, glaube ich, machen. Nee, das könnte er auch eher machen, ne? Nee, wir packen mal den Bre hier. RM. Wie sieht der aus? 80. Ola, Mina, Digga. Einfach Mina. Barmin, Digga. Barmin für Dukuri, Digga. Obwohl Dukuri hat ein bisschen mehr schießen, ne? Kann sein, dass Marcao zu As-Rom geht, Digga. Das wäre interessant, ne? Marcao zu Rom, Digga. Der hat ja auf jeden Fall... Der kann auf jeden Fall zeigen, was er drauf hat, Digga. Was kann der? So spielen wir einfach, Digga. Versuch mal David. Zu und für ZUM, welchen David, Bruder? Jonathan David, oder was? Jonathan David, oder? Aber der hatte doch keine guten Passwerte, Digga. Aber eine Sekunde. Speichern und beenden. Ich gehe mal kurz auf Dings drauf. Ich gehe mal ganz kurz auf Dings drauf. Ultimate Team, vielleicht geht das wieder. Jonathan, Musikkuk oben. Was hast du oben geschrieben? Kib Spina und dann wieder auf Transferliste. Hm, Spielertausch. Lass uns mal gleich gucken. Ich gucke mal ganz kurz wieder Dings. Ultimate Team, Digga. Ich mache auch ganz kurz meine Camus. Mach die gleich wieder an. Na, Digga. Das geht leider nicht. Aber ich mache gleich die Camus auf jeden Fall wieder an. Na, 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 na. Okay, Digga. Ich mache wieder die Cam an. Die schöne Cam ist wieder am Start. Digga. Du kannst es verbessern und so. Ich spiele sowieso nicht. Ja, ja. Brogy Penn. Glaube ich. I, G, G, Lab. Brody, gehe auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall auch spät, Digga. Ich glaube, ich bleibe auch noch halbe Stunde oder so wach. Digga. Echt albern, Digga. Echt albern, Digga. Das ist heute einfach FIFA nicht king, Digga. Du hast den Prozess, Digga. Digga. Digi, Digi, Digi. Digi, wollen wir dann schon mal Dings, wollen wir dann schon mal, ähm, wollen wir sogar schon mal, dann, wie hast du mal, simulierende, wollen wir eine Woche simulieren, Digga, wollen wir sogar den kompletten Monat simulieren, Digga. Ich hab's auf jeden Fall eine Woche oder, oder einen Monat, Digga, weil irgendwie gar keine Woche, vier Woche simulieren, das würde gar nicht ballern, ja. Ja. Oh, sie lasst doch Fortnite, ich hab mir das auch überlegt, Digga, so, ich glaub, in 10 Minuten gehe ich, glaub ich, rein, Digga, aber ich spiele dann, glaub ich, Dings, Digga, so, normal, Digga, so, ohne Bauen, oder so, vielleicht reingehen, Digga. Karriere, ja, man, Bruder, Karriere, Midolein, Habibi, welcome in the stream, ja. Wisst ihr was, Digga, ich mach einfach bis hierhin, Digga. Aha. Nur Tag für Tag, oder was? Abo, 1,4, Digga. 2,1, auch verloren, Digga. Jungs, wie gehen Fortnite rein? Und durch die, ähm, oder wie du möchtest, Digga, Insel wäre geiler, ja. Insel wäre geiler, Bruder. Auch heute, gerne Ultimate Team, Bruder, weil geht ja nicht, ne? Direkt, Digga. Digga, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir in Fortnite reingehen, Digga. Das ist ein sehr gutes Zeichen, dass wir in Fortnite gehen, Digga. Let's go, Digga. Let's go, Digga. Scheiß Raspaduri, Digga. Obwohl, Holgeiz wäre auch geil, Digga. Server down, irgendwas ist da los, Bruder. Ich kann auf jeden Fall nicht rein, also einige konnten nicht reingehen. Lieb, Hier geht's. 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 ja nix so interessant ist eigentlich mal mal jungs ich habe ich starte einmal neu fifa das kann nicht sein ich meine komplett neu die konsole das ist alban das ist doch alban ein letzter versuchte wenn es nicht geht dann geht es nicht manche sind einfach drinnen ja mann wenn wir uns angucken guardiol der auf sich guardiol anlassen ja du schaffst das tanke mir mein besser albanier richtig albanier flughafen muss aber kurz ausgehen dann geht es ab dann geht es ab in zehn neun acht sieben sechs ok flughafen ist ausgeschaltet dann legen wir mal los ok die place wieder an die place ist wieder an beziehungsweise wird jetzt angeschaltet eingeschaltet bis dann lehnen wir alle anfragen von den chicks auf ins ab die ganzen anfragen und so weil wir sind die kippet halal digger ablehnen ablehnen nein ich will nicht rein digger ablehnen ja die in our dunia was gibst du als es bis siehst du ja ich will nur ein spiel machen im fifa ja das kann doch nicht sein das kann doch nicht sein aber digger wann jetzt nicht jeder rein kann dann müssen jedoch theoretisch sogar die wl wieder verlängern digger stelle ich mal vor irgendeiner ist noch wl ja oder bis morgen bis morgen 8 oder 9 uhr oder so diejenigen die jetzt nicht erwähnt spielen können irgendwie war das ist schon alt man vergleich mal harland mit lever okay wo ist der hohe ist genau jungs bei meinen red pics hatte ich müller und kimm ich denke was sagt die rega gemisch der beste spieler rega und der rating in der bully wir müssen wurde die sommer bis nächste woche ja die sollen man nächste woche ja holand mit kompere lever lever und gold ski wo sehr zu kimmig ja gemisch und müller ich mache mal ganz kurz wieder die camos ich mache mal wieder die camos ich mache die gleich auf jeden fall wieder an das ist eigentlich gut ja letztendlich gute gab aber das ist der falsche rega das ist der falsche lever lever levan gold ski sehr froh hatte prim punkt weil ich glaube prim punkt war auch bei meiner auswahl wen hatte ich denn meine auswahl aber ich glaube ich habe sogar bilder gemacht wir versuchen jetzt einmal wieder wenn es geht dann geht sogar wenn ich dann gehe ich so glaube ich hoffe ja sonst albern ja genau ich hatte bei der ersten auswahl diaby neuer und kimmig und ich habe kimmig genommen bei der zweiten habe ich nicht mehr im kopf aber ich glaube ich hatte auf jeden fall einmal fliehen punkt ja man kann nicht rein man kann nicht rein ja das bock nicht echt komisch der ja also es sind ehrlich einige drin und einige nicht ich sehe gerade auf twitch jungs ich würde sagen ich gehe dann lieber auf jungs ich mache dann auf jeden fall aus der gern bringt nix runde bruder es geht ja man kann gar nichts hier machen weißt du ich könnte offline spielen leger bei offline bock nicht ja also den computer oder so ich gehe mal jetzt auf der gern auch nicht geht das morgen dann geht es ab der gern albern 100 prozent albern wollte ich gehe schon mal ein endbildschirm rein jungs und mädels sehr kurzer stream das ist kurze stream gaben eineinhalb stunden gestreamt der gleich je 12 uhr ich würde mal sagen da ja auch wie man das morgen wieder geht da ja weil nicht dann keine ahnung da bleibt stream noch wurde neig muss wenn gehen ja so wenn wir jetzt ähnlich zu tun haben dann gehe ich über pen weißt du wegen arbeit und so und das wäre auch besser für euch die gewaltt der einheit morgen schule arbeit ist das okay aber ich würde mal sagen wir gehen jetzt auf jeden fall danke für uns support wir sehen uns morgen der hoffentlich geht das morgen wieder morgen der auf jeden fall mit team of the week und morgen für champions quali und die acht siege holen eliten jungs bis morgen ja bleibt gesund bleibt glücklich haben wir doch der kam schreier schinger so good to go